Herzlich Willkommen, mein Name ist Christian Fiedal und diesmal heißt mein Thema die Lücke. Ich liebe dieses Bild der Lücke. Okay, wir hatten mal gemeinsam, ich weiß gar nicht mehr, es waren 13 Leute, haben wir einen Raum quasi betrieben, so könnte man sagen. Es gab Angebote in diesem Raum, das von den 13 Leuten erstellt wurde, zum Teil Künstler und das war die Lücke, so hieß der, The Gap. Und es entstand so, dass in diesem Straßenzug einfach eine geschlossene Häuserkette und dieser Raum entstand dadurch, dass die Hälfte von dem Haus weggerissen wurde und dass tatsächlich in dieser Fassade eine fette Lücke entstanden ist. Und man ging durch einen offenen Hof und dahinter war dieser Rest, dieser Raum. The Gap. Die Lücke. Und es hat mich jedes Mal so fasziniert, ich fahre die Straße lang und es ist wirklich eine Häuserfront. Es hat sich nur in der Fassade unterschieden, aber es war eine Wand und plötzlich eine Lücke gerissen. Und jedes Mal, wenn ich da hingefahren bin, war ich aufs Neue berührt und wirklich zutiefst irritiert. Von der Lücke. Und später habe ich dann verstanden, warum. Weil diese Fassade, das kennt bestimmt auch jeder, wenn man in der Stadt ist und durch solche Fassadenwände fährt, dann fängt das an, irgendwie wie so ein Strom zu werden, wie so ein Kanal. Auf der Autobahn, wenn so Welle geschüttet sind, ist es genau das Gleiche. Das ist wie so ein Kanal. Und man fängt an, so dahin zu rauschen. Und dann immer dann, wenn plötzlich eine Lücke auftaucht, ist es wie so eine Irritation. Und ich möchte diese Fassadenwände, diesen Kanal gleichsetzen mit unserem Gedankenstrom. Also wenn man mal versucht, wahrzunehmen, was wir denn die ganze Zeit so in uns denken, dann wird man feststellen, dass da ganz schön viel Nonsens passiert. Also es ist ein permanentes Formulieren. Wenn man das mal wahrgenommen hat, dann passieren auch mal Lücken. Aber wenn man das nicht wahrnimmt, dann bleibt es dieser Strom, in dem man sich ständig bewegt. Und man ist ständig beschäftigt innerhalb einer Geschichte, die nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Vielleicht Impulse kriegt, weil man neue Bilder impliziert, aber immer nur Gedankenwelten sind. Und dann ist so eine Lücke, die plötzlich gerissen wird, super heilsam, weil dieser Gedankenstrom einfach mal aufhört. Auch wenn es nur ein Bruchteil einer Sekunde ist, ist es aber spürbar. Es ist die Lücke in dem permanenten Geschichtenfilm, in dem wir uns bewegen. Natürlich niemals jeder, einfach nur es geht darum, die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Einfach mal zu schauen, wie ist es denn im Moment? Wo bin ich denn gerade? In der Geschichte? In dem Gedankenstrom? Oder erlaube ich, dass da eine Lücke ist? Und diese Lücke, das ist für mich Heilung. Das ist Heilung pur. In dieser Lücke passiert nichts. Gott sei Dank. In dieser Lücke ist es still. Für einen kurzen Moment. Und die Wahrnehmung öffnet sich. Weil es gibt eine Irritation. Das ist ein Geschenk. Die Wahrnehmung öffnet sich in die Welt. Und das Jetzt wird sichtbar. Diese Lücken, diese Lücken, die können passieren. Aber die Lücken kann man auch bewusst herbeiführen. Das heißt, immer dann, wenn ich mich wahrnehmen kann in einem Gedankenstrom, dann kann ich einfach entscheiden, kurz mal innezuhalten. Und bitte versuch, niemand diesen Gedankenstrom anzuhalten. Das wäre wie ein Haus wegsprengen in dieser Straßenflucht, von der ich gesprochen habe. Sondern innerhalb dieser Straßenflucht einfach mal wahrzunehmen, wo bin ich denn gerade? Was tue ich gerade? Was fühle ich gerade? Das ist jetzt. Das ist die Lücke. Wenn tatsächlich da kein Haus drin steht, dann wird diese Lücke gerissen. Dann ist es dieses plötzliche Auftauchen. Wenn ich mich entscheiden will dafür, dann ist es einfach nur ein kurzes Innehalten. Ein kurzes Wahrnehmen. Wie fühlt sich denn gerade mein Sitzen an? Atme ich? Wahrscheinlich, weil ich lebe noch. Und wie atme ich? Ist nicht gut oder schlecht? Es kann tief sein, es kann flach sein. Ist egal. Es geht darum, das wahrzunehmen. Spüre ich irgendwas in meinem Körper? Tun meine Hände irgendwas? Bin ich am Abspülen? Habe ich einen Teller in der Hand? Oder fahre ich einen Film? Indem ich gerade nicht mitkriege, dass ich gerade Teller wasche? Also das Jetzt an sich ist die Möglichkeit, immer wieder Lücken zu erzeugen. Immer wieder wahrzunehmen. Was ist da gerade? Was oft passiert ist, dass wenn ich mit Menschen arbeite und die kommen zu mir und erfahren dieses Jetzt, dass es ihnen furchtbar langweilig ist. Das ist interessant. Weil in diesem Gedankenstrom, ich bleibe nochmal bei diesem Straßenzug, lauter Fassaden. Ständig wechseln die Farben und da ist mal eine Werbung und so. Es ist immer schon... Es ist spannend. Und man kann es würzen. Man kann abbiegen in den anderen Straßenzug und dann sieht es völlig anders aus. Und dann wieder abbiegen. Und irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, wo man ist. Aber es ist ständig aufregend. Es ist ständig spannend. Ich beziehe das auf Gedankenwelten. Also wenn wir in so einem Film sind, dann kann ich in jedem Moment abbiegen. Ich kann sofort in eine andere Geschichte einsteigen. Also wenn ich mich erst über Nachbarn aufgeregt habe, kann ich sofort an meine Liebste denken. Und ständig passiert etwas Neues. Wenn dann eine Lücke gerissen wird, kann es sein, dass es langweilig ist. Es ist einfach nur still. Kein Ton. Keine Lichter. Keine Geschichten. Keine Gefühle. Sondern einfach nur jetzt. Und wenn man diese Langeweile, das würde ich die Wüste nennen, das ist das Abwesensein von Inhalt. Wenn man das als Qualität erkennt, wenn man immer wieder in die Lücke zurückgekehrt ist, dann wird man feststellen, dass das eine Quelle ist. Weil aus diesem Nicht-Etwas entspringt alles andere. Aus diesem Nicht-Etwas fallen mir Ideen ein. Es fällt mir hinein in die Lücke. Und dann wird das plötzlich etwas, was ich nutzen kann in meinem Alltag. Ganz einfaches Beispiel. Fünf vor zehn, ich habe einen Termin und ich finde meinen Hausschlüssel nicht. Ich rase durch die Wohnung wie ein Wahnsinniger, weil die Zeit drängt und mein Schlüssel ist weg. Verdammt. Und ich muss los. Wenn ich in diesem Film bleibe, in dieser Stresssituation von Ich müsste schon längst und ich habe aber nicht, werde ich den Schlüssel möglicherweise nicht finden. Wenn ich mir aber genau in dem Moment erlaube, ganz jetzt zu sein, diese Lücke zuzulassen, alles still. Und dann einfach nur die Frage hineinwerfe, wo ist mein Schlüssel? In meinem Erleben taucht der Schlüssel immer auf. Das ist ein Geschenk. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn wir rausgehen in die Natur, sind wir in einer Riesenlücke. Das heißt, da hört die Lücke überhaupt nicht mehr auf, wenn wir bereit sind, daran teilzunehmen, weil die Natur ist einfach nur jetzt. Und da kann man das spüren, was das ist, was das für eine Lebendigkeit ist, was für ein Vibrieren im Jetzt. Das ist hundertprozentig lebendig, das ist alles andere als langweilig. Das ist nur deswegen langweilig, weil die vielen bunten Bilder plötzlich verschwinden. Aber dieser Raum, diese Stille ist heilsam. An anderer Stelle habe ich schon vom Waldbaden erzählt, es wird bekannt, dass das heilsam ist. Es ist die Lücke, es ist die Stille, in der Heilung passiert. Aber Heilung ist ein anderes Thema. Und das bespreche ich an einer anderen Stelle. Ich kann nur einladen, immer wieder ganz bewusst Lücken zu erzeugen, kurze Momente von Innehalten, von Wahrnehmen. Was ist jetzt? Das ist eine Reise. Das ist ein Weg. Gute Reise. Christian Fiedel Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020